Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von wem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plural. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de Nara. Versch mich nicht. Diese Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat den Zweifelsfall erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm, aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du so Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend? Noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Ah, der Westen Union kommt. Another mixtape with my fellow man, DJ Goodes. Back in the building, playing book mixtape. Look out for that. Back in the building... Untertitelung. BR 2018